So, ist der nicht schick? Wir folgen mit diesem sehr geilen Muster an meinem Dekotier. Der befindet sich auch wirklich nur da, damit man natürlich nur hier oben hinguckt. Ja, und wie dir wahrscheinlich auffallen wird, ist heute mein Kittel wieder in Rückenschlusskittel. Schau dir an. Die Sandyschön von hinten. Ja, schön, oder? Wie gefällt er dir? Ich bin gespannt. Erzähl mir mal deine Meinung, wie du ihn so findest. Soll ich dir dafür vielleicht ein schönes Video machen? Schreib mir, ich bin gespannt.